Du, ein Mensch, Vertrauen lebt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Du, ein Mensch, den Andern sieht, nicht nur sie und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Du, ein Mensch, sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Ich meine, das ist ein Mensch, Neut, nicht nur ein Mensch, den Sie sich selbst verschenkt und den Sie sich selbst verschenkt und den Sie sich selbst auswählen. Und das ist eine ungefähnliche Begräten der Welt, der Sie sich selbst verschenkt und den Arm, wie ich selbst etwas verschenkt, wie ich selbst verschenkt. Vielen Dank.